. Tröten Sie jetzt an Uli, wir müssen doch etwas interessieren. Sie haben 60 Sekunden Zeit, unsere Fragen zu beantworten und uns von Ihrem Einbürgerungsgesuch zu überzeugen. Die Zeit läuft. Warum, wenn Sie Schweizer wären? Ich bin in der Schweiz geboren. Das gibt Ihnen noch kein Anrecht auf den Roten Pass? Warum sind die Eltern in die Schweiz gekommen? Damit Sie Ihre Drecksarbeit machen können. Also nochmal. Warum, wenn Sie Schweizer wären? In Europa gehen Lichter aus. Und die Schweiz ist wie die Insel. Und ich möchte gerne meinen Senf dazugeben. Wie viele Kantone hat die Schweiz? 26. Wer ist die Schweiz gründet worden? 1848 als Bundesstaat. Seit 1291 war die Gesteitgenossenschaft als lockerer Staatenbund vorhanden. Unter Napoleon 1798 bis 1803 als helvetische Republik zentralistisch aufgebaut und anschliessend als Schweizer Eidgenossenschaft neu organisiert worden. 1648 haben die Eidgenössische Kantone im Westfälischen Frieden die Souveränität des Heiligen Römischen Reich gewonnen. 1815 wurde das Ganze am Wiener Kongress neu bestätigt. Wie viele Bundesstaat hat sie jetzt? 12. Verdammt. Sie sind dabei. B notes aufbauen. Über 9 Tup, 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 tup.